Wie heißt das? Stealthing. Stealthing. Klingt ein bisschen Englisch. Warum Stealthing? Wir haben doch in Deutschland für sexuelle Ungezogenheiten schon so tolle Begriffe erfunden. Busenkrabscher, entblößer Samenraub, oder? Und warum jetzt plötzlich so ein Rückfall in den angloamerikanischen Sprachraum? Wäre das nicht der klassische Fall von Gummischummelei? So könnte man es nennen. Da wüsste auch jeder, was gemeint ist. Gummischummelei. Gummischummelei, genau.